Moin sinds und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich hier gerade im schönen heimlichen Kuka-Fichten-Tanne. Meine Heimat... Ah, alles klar. Ich weiß nicht, warum alles in der Welt ist. Lassen wir das. Ihr hört schon im Hintergrund diese vertraute Lache. Es ist tatsächlich wahr. Nick hat es geschafft, sich von seinem Kudorf in meinen Kudorf einzufinden. Wir müssen noch kurz mal einen Applaus einspielen. Und? Also ich bin jetzt endlich mal bei Olli, seht ihr ja. Und wir haben eigentlich einiges... Nein, eigentlich nicht vorbereitet. Also wir wollten einiges vorbereiten und so weiter, was wir jetzt mal machen können. Ich bin jetzt für ein Wochenende mal endlich bei Olli. Und wir wollen jetzt anscheinend mal eine Basketball-Challenge machen. Daher haben wir dieses komische Ding hier. Da sind dann Falten. Und... Ja, mal gucken, was jetzt draus wird. Jo, also Leute, was dann jetzt genau draus wird, das werden wir dann nochmal in ein alternativen Video hochladen. Die Plus bestraft natürlich immer am Ende für die mehr Klicks. Und du triffst gar nicht. Leute, da wir einfach ohne Plan jetzt gestartet haben und ein Basketball dabei haben, dachten wir uns jetzt, wir machen eine Basketball-Challenge. Wir haben jetzt hier mehrere Punkte festgelegt. Kann man ja mal zeigen. Wir haben ja so eine super Markierung hier. Einmal hier. Einmal da drüben. Ich zoome gerade schon hin, aber ich finde sie nicht. Die müsste sich jedenfalls dort ungefähr befinden. Hier. Ah, da, ich hab sie. Ja, ich hab sie, ich hab sie. Das wäre die hier. Zweimal da hinten. Wäre dann dort. Auch zu sehen durch diese beiden Markierungen hier. Und noch eine bei diesem Scheißhaufen da drüben. Und noch einmal da, genau. Wir werden jetzt von den Positionen immer werfen. Immer im Wechsel. Wer trifft, darf nochmal werfen. Und ja, mal gucken wer gewinnt. Okay, Oli macht jetzt seinen ersten Wurf. Das Miese ist einfach nur, er hat sie schon eingeworfen. Ich nicht, darf am Markt gesehen. Okay. Zeig mal, was du kannst. Als ob! Du hast die ganze Zeit nicht einmal getroffen, Alter! Ja genau. Komm, mach mal in die nächste Position. Ah, geht doch. Oh shit, da hat man es nicht gesehen. Oh shit. Haha. ich bin, da hat ihr alles! Outro 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 First riding out First Outro 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 Musik 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 Er stand zu weit vorne. Ich stand nicht zu weit vorne. Ich stand an der Markierung. Aber nein, und jetzt hab ich bestimmt noch mal 10 Minuten wie lange. Jetzt wissen wir wie lange. Ja. 9. So Leute, das war unser Video gewesen. Mal etwas anderes, als wie das wir sonst immer machen mit den ganzen Gamer-Videos und so weiter. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Willst du erstmal noch was sagen? Ja, also ganz kurz heute. Das gesamte Video wurde von mir geschnitten und so. Ich wurde von der Musica mit Nick versorgt. Und alles, ich bin auch dankbar. Er hat mir anscheinend schnell noch konstruktive und gute Kritik gegeben. Wofür ich mich auch entschuldigen möchte, sind die Stellen. Ihr habt sie ja gesehen, die er erdulden musste. War auch was anderes. Ich hab mal was ausprobiert. Und ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören zu dem, was ich dort gemacht habe. Fand ihr das gut? Fand ihr das eher schlecht? Wie hat euch das generell gefallen? Bitte schreibt es mal in die Kommentare. Ihr werdet das Video auf unserem, also auf TripleLP3. Und aber auch auf Nick's neuem Channel finden. Der hat den jetzt. Na, aber ich habe jetzt einen neuen Kanal, EasyTV. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ich fange jetzt gerade erst einmal mit. Bitte auf jeden Fall vorbeischauen. Er macht wirklich gute Videos. Ich habe schon ein paar davon gesehen. Gut. Und dann würde ich sagen, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat uns wirklich wahnsinnig Spaß, das Video zu drehen. Meine Bewertungen würden uns auch mal freuen. Das sage ich eigentlich prinzipiell nicht, weil es um die Like geil rüberkommt. Aber nochmal, ich saß jetzt drei Stunden am Video schneiden. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt amüsieren. Das war's von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Apropos. Ciao.